Der Rentner kann sich nie entscheiden, nie. Ich hau dir, ich schwöre bei Gott, ich fahr nach Bayern, Alter. Ich find deine verlauste Hackfresse. Ich hab irgendwas getroffen. Wie viel noch? Ach, jetzt machst du die Reste-Raid oder was? Die Reste-Kiste. Deins Kiste. igab- Und jetzt raiden, ne? Jetzt werden wir raiden, genau. Genau. Auch wenn nicht ein Feindkontakt zu erwarten ist, aber... ja das ist halt die sache wir sind jetzt halt wach und ich warte halt nicht bis da irgendwann mal jemand online kommt und nur hier drinnen sitzen habe ich ganz ehrlich mensch energetik warum stellst du auf den spinn da hin du bist so ein pümmel alter ey Bülter haben wir schon 20 Supplies geworfen niemals was gutes drin na doch Turtles ne ja Turret war immer drin aber ist das Odie eh schon ja Aua ich sag mal was du nie bauen musst Mann der hat den Joe nicht kapiert ach doch hab ich den hab ich er war so gut hey halt's Maul ich hab's gerade erst gerafft ja ich hau dir ich schwöre bei Gott ich fahr nach Bayern alter ne ich finde deine verlauste Hackfresse muss ich hier extra außen rumlaufen weil energetik ist einfach den spintern in den Raum stellt immer das gleiche mit dem 2 Minuten da ich sag mal meine Pläne hörte ja eigentlich kaum ich würde mich auch weg ich würde mitkommen wenn ich mir dann immer lass doch die kleine hinten in der Frühstück und lau sein ich hab nix gegen Kinder wir haben bloß gegen Rentner nein nein es geht ja bloß drum ich hasse nicht was ist denn denn ach quatsch ne falls die Pläne mal zu hören ist kannst du ja einblenden oder sonst sowas na wir sind auch alles liebende Familienväter du ich hab oft genug in Videos gesagt wenn einer nicht passt wenn Kinder zu hören sind ne sagen sie natürlich nicht so äh Fortnite oder so brüllen ne äh ins Mikro rein ist ne sonst abschalten wird hier oben reingehen ach komm ist nicht dein scheiß ernst du blöde Schwein warte mal warte mal kann man nicht hier rüber springen ja ich mach grad nen Bauplan dennoch weiter ran gut komm hallo ich hab irgendwas getroffen vielleicht waren wir auch vielleicht ist das bloß ein Bug ne ich mach schnell das kaputt weg ne oh mein Gott guck mal da rein oben links der könnte runter kommen ja könnte runter kommen guck mal da oben links drin ne Satchel 193 Schrott hink fest an aber da war nichts drin im Ofen ist Metall hast du alles gesehen können wir einpacken könnte einpacken wenn er alles gesehen hat ja klar mach 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 das hat sich ja mal echt gelohnte ding jetzt nicht mehr schnitt das ist das nackt 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 Ja, ich hab noch Platz für mich. Ja, gut, dann war's das. Ja, Mann, so schnell kann... Scheiße. Ich werde einfach... Vielleicht sehen wir uns nochmal. Ja, na, ich glaub nicht. Was sollen wir jetzt noch aufmachen? Was ist denn das für ne Putze hier? Die rechts. Die von Felix. Aufmachen. Warte, 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 ich kann nicht aufmachen. Oh, Code Raiden. Code Raiden? Ja, hallo, Kampfmade. Guten Morgen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vorsichtig, geh rein, da könnte vielleicht ein Trap sein. Oh, 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 oh. Ist clean, ist clean. Los, los, los. Nochmal. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wie? Dieb, dieb. Oh, uuuuh. Oh, guck. Der Loot. Loot, Alter. Loot, Loot. Schon besser gesehen. Ich will raus, schnell. Hier drin ist staubig. Haha, alle U-Liege sind drei, ne? Da haben wir noch was gefunden. Jetzt wissen wir wohl nicht, ob die uns gehört. Nein. Anstellt nicht. Warte, warte. Yay. Was ist denn jetzt her? Ja. Ja, eine hat sich doch dabei, von der Base, und eine war noch in diesen Füßen hinstecken. Wie viel noch? Ach, jetzt machst du die Reste, äh, Raid oder was? Die Reste-Kiste. Zehn Schuss noch ungefähr. Zehn, zwölf Schuss. Da liegt einer. Wer ist das? Was, Waschi isst gerne Käse zum Wein? Was? Waschi isst gerne Käse zum Wein. Oh mein Gott. Guck mal, der hat ein Roadside-Gear gehabt. 266 Schrott hat er gehabt. 36 High-Quality. Uh. Kann hier irgendeiner stacken? Was denn? Naja, was hier halt noch so ist, ne? Warte mal was. Stecken dann. Uh, hier sind 450 Spiegel. Kannst du eine mitnehmen, ist geschmolzen? Warte, warte. Habe ich. Jetzt bin ich voll. Jetzt bin ich voll. Ja, esst euch voll, die Landmine ist mein Spielzeug. Boah, angsthaft. Du legst einfach hier in den Eingang rein, oben. Oder so genau. Ey, wo liegen die jetzt? Direkt vom Eingang. Jetzt bleibt er hängen beim Springen. Aha, doch nicht, schade. Bleib ich hängen beim Springen? Ja, Ena ist ja noch drin. Spring! Bin einfach rübergelaufen. Schwein gehabt, Junge, ey. So, jetzt warte aber wirklich. Jetzt ist hier Fire mit Raiden. Ach, jetzt warte ich mal. Boom. Bis zum nächsten Raiden. Genau. Ich glaube, das ist einfach so ein Bug wegen dem Schiff oder irgendwie sowas. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Boah! Da war ja was. Ob er über den Baustang. Ne, ne, hast du nicht. Ach, scheiße. Völlig vergessen. Wir haben den heute Nacht kaputt gemacht und neu gestellt. Auch wieder. Joo. Musik Untertitelung des ZDF, 2020